Willkommen zurück zu Professor Plays! Heute schiebe ich mal Abwechslung ein. Vor ein paar Tagen ist Darkest Dungeon 2 rausgekommen, die 2 in der Fackel dargestellt seien. Ein Rogue-Light, Strategie, RPG, Dingsbooms, Hybrid, 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 das sich dadurch auszeichnet, extrem punishing zu sein. Ich habe es schon bei Streamer gesehen, also ich bin nicht ganz unvorbereitet, aber gespielt habe ich es selber noch gar nicht und dieses sadomasochistische Vergnügen kann ich euch nicht vorenthalten. Ich traue mich jetzt nicht so ständig zu sagen, ich nehme meinen ganzen Run auf, weil das kann nach 15 Minuten vorbei sein oder mehrere Stunden dauern, sondern schauen wir mal. Ich habe dich am Ende gefunden. Mein Protagier, mein Freund. Unsere Begräufe waren korrekt. Die Ephemeral sind nicht verabschied. Die Erde schreit auf ein verrückter und verrückter Neu-Axis. Und überall. Unbridleden konsequenzen. Die Welt ist eine Wasteland von Verlusten. Und zwar muss man sich in das. Unabhängig. ah die kommen free yourself from this suffocating stillness fix your gaze on the horizon Ich glaube, das wird ein bisschen anders funktionieren als der erste Teil, wo am Ende wirklich der Darkest Dungeon zu machen war. Ja, und jetzt steht der Tutorialrunner, der wird hoffentlich eine Spur mehr vergibend sein. Mit WASD können wir diese Stagecoach fahren, soweit weiß ich das schon. Jetzt fährt es gerade von allein, praktisch. Ja gut, also hier können wir uns die Party Composition aussuchen, am Anfang haben wir wirklich eine Auswahl. Diesmal, das ist auch der Starting Character vom Tutorial, vom ersten Teil. Aha, da gibt es jetzt irgendwelche Hero Calls, Visit Horda, Hero's Run, Enter the Sleuths. Die haben verschiedene Skills und Positioning und Kombos machen im Spiel viel aus. Also man sieht was für Ranks und was für Targets die bedienen können. Die Unutual Suspects, ja die Unutual Suspects haben wir noch nicht beigeschaut. Und die Figuren sind jetzt 3D, instead of 2D vom ersten Teil. Und wenn wir über diese 4 gegen 4 kämpfen... Ah ja, das ist... ...und die Figuren sind jetzt 3D, instead of 2D vom ersten Teil. Und wenn wir über diese 4 gegen 4 kämpfen... Ah ja, das kann man da machen, Combat Camer. So, wir haben jetzt den Initiative Order. Und da stehen 2 Lost Souls. Können wir zu denen mehr herausfinden? Nein, können wir nicht, so. Und sehr viel hier funktioniert über Tokens. Wird ja nämlich nicht aus... Ah ja, da sehen wir was die Tokens können. Host, Dodge, Block, Guarded, Strength, Speed, 10.000 Sachen. Was gibt das? Das gibt Dodge Tokens und Speed, nice. Die Kombo... Ach so, als Wagening Crit hätte ich mir mehr Schaden erwartet. Das ist Blight, also mehr oder minder Gift. Ah, damit kann ich Wing Garden. Das brauchen wir grad nicht. Ich glaub... Ja, whatever. Genau, da kriegen wir Stress. Und wenn der Stress hochgeht, passieren auch schlimme Dinge. First Blood. Gut, das war halt zum Proben, das wäre easy. Der Are you shaken? There is so much worse in store. Wink it equipped. Oh no, I still have the Hawker passed. Okay, we find people who are still alive. Ah, I have to press the button. Okay, that's what happened to me as a bonus... Is... ...the relationship score. I have to know. Do you want to know? Das braucht eine Komponente von Mr. Souto. Ich glaube diese Haufen anfahren. Kann nämlich Sachen droppen oder so. Ah ja, das ist schon mehr Kampf kaum. Die Block nimmt nicht alles an Schaden weg. Der Große muss weg. Den können wir smoken, weil irgendwie möchte ich von dem nicht gehauen werden. Was gibt das? Das ist Crit, okay. Alle meine Buff Tokens. Ja. 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 Ah, Schaden macht's auch, genau. Nice. Das dodget jetzt der andere, das bemutelt links ist ein Encounter. Und je mehr man diese Pleitsachen stickt, desto besser. Das ist der Riposte-Vorteil. Die Korpsen sind auch im Weg. Arbeiten wir dran, den Tod zu töten. Leider hat ihn die Pleit nicht umgebracht. Ah, wir können ihn auch einfach retun. Der Vergangenheit ist weg. Mehr hoch und Laudanum. Mix aus Opium. Und Wein. Es hat Gründe, warum man das heutzutage nicht mehr trinkt. Es hat aber dieses Vage-Feeling in Großbritannien zu spielen. So, und in Inns darf man dazwischen upgraden. Okay, und ist das Tutorial noch so kurz? Ist das King Gansaron? Ich soll's ja beenden? Gut, wir haben jetzt verstanden, wie das Spiel funktioniert. Mit denen kann man upgrades kommen. Ja, das ist ein Regulierer Runden. Es ist deine Aufgabe, um eine Vision von der selben Erde zu manifestieren. Spann dich für die Geräte aus Holz. Suche implemente werden uns gut servieren. Um zu erinnern eine Sache ist, um es real zu machen, wieder einmal mehr. Eine Bedeutung der Sanitär, in einem Meer der Madness. Wieder einmal mehr in die Maelstrom, in der Suche der Hoffnung bleibt. Stagecoach-Items, so, kann man gleich nur ins Equipment. Reus, Capius... Ah ja genau, es gibt irgendwie scheinbar verschiedene Chapters, die verschiedenen psychologischen Sachen entsprechen. Ich erinnere, unsere erste Gespräche, in den Städten der Universität. Ein Collegial-Handshake. Das würde uns beide tun. Ihre Ansichtbar-Questionen, während meiner Lektur, gab es mir pause. Und ich erinnere mich in Sie, etwas von einem Kindred-Spirit. Und ich schätze mal, man kann dann Klassen freischalten. Und ich schätze mal, man kann dann Klassen freischalten. Ich versuchte. Mehr devastierend, als die Horrors der 100 Kampagnen. Also, alle diese hier, der erste Teil hatte viele Klassen. Oder Hero-Shrine, Pillagers, Killing, Fieldhospital. Ich assume, die Hero-Goals werden auch irgendwas bringen. Der Weg ist dir, um zu reisen. Aber du bist nicht allein. Aber eigentlich irgendwas hier. Warum fahren wir eigentlich voller Kraft? Und hier taunt... Ich bin davon nicht so ganz überzeugt. Oder kann ich den Stagecoach... Nein, das kann ich nur dort machen. Von Blake-Doctor passt es doch. Ah, die kommen dahin, Smelling-Souls zu nehmen. So, ich glaube, das hat irgendwas mit der Stagecoach zu tun, warum wir hier... und dann... Ich denke, dass ich mit den Posten taue und so ein bisschen Oh yeah, so I'm at the scanner. Ein ganzer Gegner weniger ist immer vorzuziehen. Spitzhacke Gesicht, der Klassiker. Das sind Fernsehme-Shit, damit das gleich wiederkriegt, das gibt's ja nicht. Spitzhacke Gesicht, der Klassiker ist. Es wird langsam ein bisschen ungemütlich. Das ist gut, Battlefield Medicine hat nur wenige Uses bekommen. Ah, 1 HP zu wenig, um es zu heilen. Danke, danke. Okay. Spitzhacke Gesicht, der Klassiker ist. Der Klassiker ist. Spitzhacke Gesicht, der Klassiker ist. Was ist noch ein Crit? Klassiker, der Klassiker ist. Spitzhacke Gesicht, 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 der Klassiker ist. Spitzhacke, der Klassiker ist. Aber ich glaube wir wollen den Horter herdrehen Damit können wir ein paar Skills abbringen Mehr Stress heal vielleicht Das sind alle hier, wo es geschehen wird, so... Das sind alle hier, wo es geschieht, so... So, jetzt können wir Herr Aang kaufen Gibt es auch irgendwas, das keine Vor- und Nachteile hat? Das sind alles gut Das sind alles gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sein Akument für die Erwanderung war unvergleichbar durch eine dubiöse Kampagne von Influenz und Intimidation. Er hatte am letzten Klammer eine klammige Kommande und war sicherer, in der Gläufe der Verkäufe, die sich in der Welt verletzt hat. Da kommen manchmal sogar ziemlich schwere Aufgaben. Machen wir noch einen Hero-Schrein. Das Wagerl fährt übrigens immer ziemlich von allein. Ah, drei von den Wappler-Dingern, das geht ja. Ah, doppelt so viel Blight, doppelt so viel Spaß. Das heißt, mit viel Glück ist der gleich tot. Wenn er dran kommt. Fragt mich nicht, warum der da ist. Sieh, wobei der da ist. Der Plague-Doktor ist. Guck mal. Nice hit. Guck mal. Gut gemacht. Ein einfaches Werteidig. Ein leichtes Ergebnis. Oh, we found something. We must understand the past, if we are ever to be free of it. Also, der erste ist für mich geschenkt. Ich glaube, der zweite ist immer noch einfach. Und dann geht's... Alle haben eine Story, wie's passiert ist. Somehow, I have the feeling, that the inspiration didn't work out that well. Das Problem ist, die anderen haben Rüstungen und Helme mitgebracht und längere Waffen. Die Katzen attackieren bei meinen Kopfhörer Kabel. Ah! Also nicht bei den Kopfhörern, die gerade erwähnt. Aber genug, um einen Einsatz zu rechtfertigen. Wunderbar! Attack! Was wird das wohl machen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ziel hier ist, zu polieren. Ich bin mir ziemlich sicher. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Und jetzt ist es... Was wird es? Ich bin mir ganz sicher. 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 Wir kämpfen und spawnen unsere Heroes nicht. Okay, conflicting orders, die können sich selber stunnen. Glaubt ihr, dass sie einen erledigen? Ich weiß nicht, was zu tun. Ah, okay. Ein Massaker. Ein totaler und totaler Verlust von Kommandant. Okay, aus unserem Man at Arms, wann möchte ich gern Kommandant? Ja, irgendwie ist das mit so viel Annahmen so ein bisschen schwer zu wissen, was man tut. Which is the point. Okay. 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 Wir haben Aussicht, das ist gut. Das Problem ist, wir müssen durch Loathing durch, dann haben wir ein Hospital. Das ist immer nicht schlecht. Das ist gut, die Feindler. Ich weiß nicht, was ich nicht. Sie schützt die Verzüge der anderen, während sie selbst ignorieren. haben wir doch gar nicht über gesprochen, man kann ja Sachen kaufen und wir haben nicht genug Loot akquiriert, um es Trades wegzukriegen Ah, deshalb die Stunngeschichte, gut dann kauft man einfach mehr Bandages da oben ist der Exit, ok aber es war immer ein Hero-Goal und ich möchte vielleicht unsere Reifen nicht weiter kaputt machen, da müssen wir einmal mehr breiten die Frage ist, ob es die beste Idee war, da hinzugehen sind das Pillagers ja, ok, der muss zweit von denen gute Vorlage das ist schlecht das ist sehr schlecht und deshalb entfernen wir eins von den Arschlöchern aus der Equation her eigentlich sind wir jetzt mal fünf Skills und nicht mal vier können wir hoffentlich nächste Runde gut auslöschen dann ah, weniger Damage-Taken ist auch immer nice boom boom tick to face steady yourself that was not what I hoped for so lesen wir die noch weg ja korrektur korrektur, he did die so so considering dass die dort vor die ganze Zeit blieben und dann mir mit das ist ist unsere die die keine ist die mit Was ist das? Ah, der sagt Fein, der sagt Leap Gut, der Tank sagt natürlich Leap, weil ich bin der, der verhaut wird So, das hat jetzt ein Team gehabt, Resistance Encounters Brrrr Wem wollen wir wehtun? Erfahrungsgemäß keine schlechte Idee Das ist kein Zeitpunkt, um zu verhauen Das ist kein Zeitpunkt Stunt ihn jetzt nämlich Und das ist der Punkt davon Noch einen Poison dort Sollte er so gut wie tot sein Aber hinterher bleiben Ist keine schlechte Idee Ah, die spammen da, weil Block Tokens Weil es so schön ist Besser Ausgezeichnet Vielleicht sollten wir uns mal Diese Doge Tokens zu Gemüter führen This road cannot be walked alone Sollte er so schön Sollte er so schön Sollte er so schön das tut doch da sehr weh hier muss auch passen wer die bandages hat zum heilen das mittel die tropen Nice. Ah, das geht noch, wenn man bliebt. Wunderbar. Können wir einfach sterben bitte und nicht umtun? Wunderbar. Oh, Heal-Wand-Farget ist Combo. Oh, nice. Ein einfaches Variable. Ein leichtes Resultat. Oh, Heal-Wand-Farget. Oh, Heal-Wand-Farget. Oh, Heal-Wand-Farget. Oh, Coach Limping. Be prudent. Not very good. Oh, Heal-Wand-Farget. Ja, wir können auch nicht nicht kämpfen. Das ist das Problem hier. Oh, Heal-Wand-Farget. Das ist schon sehr viel Dasing. Das wäre nice gewesen, wenn er vielleicht einmal drankommt, dass er Block Tokens aufbauen kann. Ich sollte Stunnen. Ich sollte das Melling nicht dem geben, der gestunnt wird. Wird diese Tokens durchkommen? Das ist schon eine Schieren-Möglichkeit hier. Ich kann vorgehen, aber das Problem ist, ich werde gehittet. Ich werde jetzt sowas bauen. Ich werde dasen smoked. Ich werde dasen mir an. Ich werde die Lokomachsella machen. Es ist unglaublich schwer, auch denen Schaden zu machen. Es ist unglaublich schwer, aber es ist eine große Herausforderung. Das gibt ihm einen Haufen Heals. Ich glaube, wenn man solche Kombos nicht aufbaut, hat man hier ein Problem. Jo, crit zurück. Warum nicht? Tut es ihm alle weh, bis er weint. Oh, das ist immer ein Kuton, fang. Hört's auf auf den Annen. Was ist es dann, was so intensiv zurückgeht aus dem Abiss? Ja wir brauchen das für die Heilung einfach. Kannst doch irgendeinen anderen Scheiß, du Arsch. Kannst doch auf den Annen. 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 Kriegen wir bald, wenn wir das brauchen. Das war wichtig, um diesen Critical zu überleben. Was können wir lernen, wenn wir in den Kursen oder in den Kursen lernen? Keine Death Resistence, das System müsste eigentlich sterben. Geben wir uns hier mal Dodge Tokens. So, von gestern gestissenen Buffs. So, von gestern gestern. So, von gestern gestern. So, von gestern gestern. So, von gestern gestern. Let´s stun that fucker. The enemy weakens and wanes incremental, but deadly all the same. This wound at least has been tended to. The enemy weakens and weakens. The enemy weakens and weakens. The enemy weakens and weakens. Hey, we actually survived that shit. Sounds wild. Can I have trinkets for cotton? The loathing abates. We made it! Riechsalz gehört noch von Paracelsus weg. There are yet places such as this, where a little light still gathers. Shambles, old man. Ah, that is the name of this Taverna. Okay. Planning and mindfulness. As vital to survival as sharpened steel. Everywhere in ruin. Everywhere in need. I have no choice. All that beauty and knowledge. Ash on the wind. Ah yeah, now I can use skills. I have no choice. Das ist wirklich slow. Was sind die Skills, die ich am meisten verwende? Was ist das? Ah, so kann ich umschalten. Are you still going to bekommen? Nein. Ich glaube, wir haben das brennende Ding hier als nächstes. Ich bin nicht Laudanum und auf irgendwem. Ich bin nicht die Flamennart. Ich bin nicht die Flamennart. Was ist das? Was ist das? Das ist Anti-Venom. Hm. Ah, more candles reward. Aber es wird noch nicht hier abgerechnet, schätze ich mal. So. Gebiete. Hä? Haben wir die nicht gerade? Also die, denen wir eine Verbesserung gekauft haben, sind trotzdem suspicious. Gut. So, hier an dieser Stelle muss aber mal ein Cut ran. Wir sind bei 75 Minuten. Wir haben es immerhin zum ersten In geschafft. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir diesen Run fortsetzen, denn es heißt Professor Blaze Darkest Dungeon 2. Bis bald. Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020